Hallo zusammen. Heute Morgen um 6 Uhr wurden zwei muslimische Gemeinden, eine in Bremen, eine in Münster, durchsucht und verboten. So wie das schon vor zwei Jahren geschehen war, die Al-Mustafa-Gemeinschaft in Bremen und das immer macht die Zentrum in Münster. Ich hatte euch vor zwei Jahren schon darüber berichtet, aber diesmal im Gegensatz zu damals wurden sie nicht nur durchsucht, sondern tatsächlich auch direkt verboten. Der Vorwurf Terror-Nähe. Ich werde jetzt drei Kommentare machen. Der erste Kommentar betrifft den Staat und welchen großen Fehler er macht und warum er das tut. Der zweite Kommentar betrifft die vielen Zuschauer, die nicht-muslimischen Zuschauer oder die Muslime, die denken, weil die einer bestimmten Rechtsschule angehören oder weil die aus einer bestimmten Richtung des Islams wären, hätte das mit ihnen und ihrer Gemeinde nichts zu tun. Ein großer Irrtum. Und mein dritter Kommentar geht an die Zehntausenden oder vielleicht über Hunderttausend, die das auf direkte oder indirekte Weise gerade tatsächlich betrifft. Wir fangen an mit dem Verbot selbst und dem Staat. Der Staat wirft vor, hier wäre eine Terrornähe. Ihr wisst, Hezbollah, die Widerstandsorganisation aus dem Libanon, wird in Deutschland in der EU als Terrororganisation bezeichnet. Und entsprechend, weil diese Vereine angeblich eine gewisse Nähe hätten, wurden sie verboten. Das ist natürlich Unsinn. Das könnt ihr auch ganz einfach erkennen. Ihr braucht mir dafür nicht glauben. Ihr wisst, die Unterstützung von Terrororganisationen ist selbst in Deutschland natürlich eine Straftat. Da wird man für verhaftet. Da gibt es Strafverfahren. Da kommt man auch theoretisch ins Gefängnis für oder wenigstens Geldstrafen. Nichts davon ist geschehen. Genauso wie vor zwei Jahren. Nur diesmal mit Verboten. Einfach nur Durchsuchungen und Verbot. Keinerlei Festnahmen. Keine einzige Straftatnachweis. Nichts. Und die Hürde für Vereinsverbote sind extrem gering. Und auch die Begründungen, die genannt wurden. Da waren so viele Assoziationsketten in den Begründungen des Innenministeriums NRW. Von der Art, ja, da war mal jemand in der Moschee. Ich kenne beide Moscheen gut. Da war mal jemand in der Moschee und der hat heute einen YouTube-Kanal. Und der hat ein Video gemacht, da hat er behauptet, dass Israel palästinensische Kinder töten würde. Und dann hat er mal gesagt Israel und hat dabei Airquotes gemacht. Und deswegen unter anderem, neben vieler anderer Gründe von dieser Qualität, ist das eine extremistische Moschee und die müssen wir verbieten. Selbst wenn es keinerlei Straftaten gibt. Das ist ein katastrophaler Fehler und zeigt, wir haben es wieder hier mit Staatsführung zu tun. Mit einer Exekutive, die nicht unsere Interessen als Deutsche vertritt. Sondern in diesem Fall Interessen von USA und dem Apartheid-Regime Israel vertritt. Denn, das kann ich euch ganz einfach sagen, abgesehen davon, dass ja auch keine Straftaten nachgewiesen wurden. Das sind im strafrechtlichen Sinne völlig harmlose, im gemeinschaftlichen Sinne harmlose und sehr nützliche Moscheen, die ausführliches Kinder- und Jugendprogramm haben. Wie der NRW-Innenminister ja heute auch gesagt hat. Er hat auch die Jugendgruppen verboten. Und als sie heute die Moschee durchsucht haben, da haben sie auch Kindermahlbücher mitgenommen. Warum? Da bist du ganz stolz drauf, dass ihr Kindermahlbücher beschlagnahmt habt. Herzlichen Glückwunsch. Es ist ein großer Fehler. Auf einen Schlag generiert man völlig unnötig tausende Mitglieder, das sind sehr große Gemeinden, tausende Mitglieder, die dem Staat völlig entfremdet werden. Die tatsächlich bis hin zu staatsfeindlich werden, weil sie sehen, aha, ich lebe gar nicht in einem Rechtsstaat. Ich lebe in einem Unrechtsregime. Meine Moschee, zu der man natürlich eine sehr enge Bindung hat als religiöser Mensch in seinem Gemeindeleben, die wurde zu Unrecht verboten. Es gab keinerlei Strafverfahren. Die wurde einfach verboten. Das Gebäude wird uns weggenommen. Meine Kinder können nicht mehr dorthin gehen zu Jugendgruppen, Koranlesestunden, nichts dergleichen. Das wird alles verboten. Also ist der Staat gegenüber uns feindlich. Völlig unnötig werden hier Feinde geschaffen. Nur für die Interessen des Apartheid-Regimes und der Amerikaner. In den Verbotsbegründungen standen ganz oft so Argumente wie anti-amerikanisch. Ja, anti-amerikanisch. Na und? Millionen von uns Deutschen sind anti-amerikanisch. Warum auch nicht? Was denn sonst? Ist doch selbstverständlich bei den vielen Verbrechen, die das amerikanische Imperium so begangen hat. Da stand drin, anti-zionistisch. Ja, natürlich Anti-Zionismus. Zionismus ist eine menschenverachtende Apartheidsideologie. Natürlich steht da antisemitisch drin. Ja, das ist ja so ein Buzzword, was man immer benutzt, wenn man etwas gegen Israel sagt oder nicht pro Israel sind. Das sind libanesische Gemeinden. Die Hezbollah wurde als Widerstandsorganisation gegründet, nachdem Israel Libanon angegriffen und besetzt hat. Nachdem sie dort Massaker angerichtet haben, Gefängnisse eingerichtet haben, wo Libanesen eingesperrt wurden in so einem kleinen Gitter, einen Meter breit, 50 Zentimeter hoch. Und da wurden sie zusammengequetscht drin. Und das über sehr viel Zeit. Natürlich. Und dann hat diese Widerstandsorganisation Libanon befreit von dem Apartheidsregime. Sollen diese Libanesen, die nach Deutschland geflohen sind in dem Krieg in den 90ern, sollen die dann nach Deutschland kommen und sagen, hoch liebe Israel? Nein, die sind nicht pro Israel. Warum sollten sie auch? Das ist ein Verbrecherstaat, der viele ihrer Verwandten und ihre Freunde getötet hat. Ja, es ist einfach nur schade, wie man das verfolgen kann. Und es wird pro Familie argumentiert. Das ist auch wieder eine ganz neue Sache. Das ist ja jetzt die aktuelle Doktrin in Deutschland. Wir wollen nicht mehr pro Familie sein. Jeder, der pro Familie, pro traditionelle Familie etwas sagt und der nicht begeistert ist von einer LGBT-Ideologie, der gilt auch als extrem. Und so kann man diese Moscheen einfach als extremistisch abkanzeln. Katastrophaler Fehler aus Staatssicht. Nichts mit Rechtsstaatlichkeit zu tun. Reine Willkürherrschaft für Interessen ausländischer Regime in Deutschland. Nun richte ich mich an euch, die ihr vielleicht nicht Muslime seid und denkt, ja gut, mein Gott, vielleicht haben die ja irgendwas gemacht. Und ja, ist auch nicht so schlimm, wenn irgendwelche Moscheen mal verboten werden. Oder ihr seid vielleicht Muslime, die sagen, ja gut, das sind ja Schiiten und Hezbollah ist sowieso eine Terrororganisation, mag ich nicht wegen Syrien und so. Ihr irrt euch alle. Das betrifft euch auch. Was die Nicht-Muslime betrifft, solche Sachen zeigen euch, Moscheeverbote, Beschlagnahmungen von Gebäuden, Einschüchterungen von Menschen. Die zeigen euch bei gleichzeitig keinerlei Straftaten, dass wir es immer mehr mit einem totalitären Regime haben. Wir gehen immer weiter in diese Richtung. Die letzten Jahre mit Corona haben uns das eindeutig gezeigt. Jetzt mit Russland und Ukraine sehen wir das noch härter. Es ist nur eine Meinung erlaubt. Es ist nur eine Marschrichtung erlaubt. Seid euch sicher, das gehört ebenfalls zu diesem Spektrum dazu. Es ist eine Scheindemokratie. Eine Demokratie, die sich mit Freiheit und Menschenrechten kleidet. Aber darunter ist nichts anderes als bei jeder anderen, aber dann nackten Diktatur ebenfalls. Seid euch dessen ganz gewiss. Und was die Muslime betrifft, die sagen, ja, wegen Hezbollah, das ist ja eine Terrororganisation, nun mal die Hamassaka angerichtet in Syrien. Das ist nicht der Grund. Die werden auch gegen andere Moscheen vorgehen, die damit nichts zu tun haben. Und bis hin zu den aller, aller harmlosesten. Wenn es irgendwelche Muslime sind, die noch etwas mit Islam zu tun haben, die den Koran noch ernst nehmen, die die koranischen Anweisungen zum Leben und zur Ehe ernst nehmen, dann werden sie früher oder später von diesem System ebenfalls verfolgt werden. Seid euch dessen gewiss. Und das Dritte geht an die vielen, die mit diesen beiden Moscheengemeinden zu tun haben. Ich habe seit Jahrzehnten mit denen zu tun. Ich war auch als Kind schon in diesen Moscheen. Meine Frau stammt aus Münster. Sie kannte diese Moschee aus Münster sehr, sehr gut seit Kindheitstagen. Und sie hat heute ein Bild gesehen in der Zeitung, in der die Polizei mit einem Akkuschrauber das große Schild immer im Machtizentrum abgeschraubt hat. Und darunter hat der Reporter getitelt, weg damit. Das Schild wird abmontiert. Weg damit. Wenn ihr so etwas lest, das war eure Moschee, dort seid ihr in der Kindheit gewesen, mehrfach die Woche. Da habt ihr eure Freunde getroffen. Da war euer Gemeindeleben Dreh- und Angelpunkt eures Lebens. Und dann steht da, weg damit. Die Moschee endlich verboten. Jubel. Dann kommt man sich genau so. Werden sich doch die Juden in den 30ern vorgekommen sein. Ich weiß, ihr mögt diese Vergleiche vielleicht nicht. Aber es ist so. Das ist genau das Gefühl. Diese pure Enttäuschung. Dieser Schmerz. Man weiß ja auch, inhaltlich völlig unbegründet. Aber auch dieser Hass, der einem entgegenspringt. Sogar von irgendeinem Reporter. Seid euch aber auch einer anderen Sache bewusst. Nichts davon ist schlimm in einem höheren Sinne. Wenn einem die Moschee nun weggenommen wird, so sollte euch das Mut machen. Denn am Ende des Tages haben diese Menschen, selbst die, die totalitär sind und als Innenminister sagen, ich verbiete, was ich will und ich brauche gar keine Straftat nachweisen, die sind nicht die, wie ihr wisst, die die eigentliche Macht in den Händen halten. Und seht diese Dinge wie, es wurde eine Veränderung beschlossen, neue Aufgaben werden verteilt. Gut, dann wird eben dieses Gebäude weggenommen. Das ist nicht schlimm. Wir brauchen uns nicht verstecken. Wir brauchen keine Angst haben. Wir brauchen uns vor allem auch nicht einschüchtern zu lassen. Denn das ist ja ein großes Ziel von denen, dass ihr eingeschüchtert werdet. Nein, seid nicht eingeschüchtert. Tut eure Dinge so, wie ihr sie tun könnt. Trefft euch da, wo ihr euch treffen könnt. Dann trefft ihr euch eben woanders. Dann macht ihr das eben alles in einem anderen Rahmen. Aber Gott verteilt die Aufgaben. Und Gott ist es, der euch dann in eine andere Richtung lenkt. Und wenn man Vertrauen in Gott hat, dann wird nichts von all dem einen wesentlich treffen. Und man soll sich gewiss sein darüber, dass diejenigen, die Böses vorhaben, mit ihrem Vorhaben immer scheitern werden. Ich freue mich auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Video. Ciao.